Wir werfen einen Blick auf AT&S. Die Firma wurde 1987 aus mehreren Unternehmen heraus gegründet und sie ist seit 1999 an der Börse. Sie ist in der Technologiebranche aktiv und produziert Platinen und teilt ihr Geschäft in drei Segmente, mobile Geräte und Substrate, Automobil, Industrie und Medizin und Sonstiges. Produziert wird in sechs Produktionsstätten in Europa und Asien mit etwas über 15.000 Mitarbeitern. Seinen Sitz hat das Unternehmen im steiermärkischen Leoben. Der Umsatz liegt bei 1,8 Milliarden Euro. Die Aktie notiert an der Wiener Börse im Prime Market und ist mit ca. 64% im Streubesitz. Den Rest teilen sich die Dörflinger Privatstiftung und die Androsch Privatstiftung. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1,2 Milliarden Euro. AT&S schüttet Dividenden aus. Zwar in regelmäßigen Zeitabständen, aber in unregelmäßigen, sehr unregelmäßigen Höhen. Eine stetige Dividendensteigerung ist daher leider nicht zu erwarten. In den letzten zehn Jahren lagen die Dividenden bei mindestens 10 Cent und höchstens bei 60 Cent. Insgesamt wurden 3,14 Euro ausgeschüttet, was einer durchschnittlichen jährlichen Dividende von 31 Cent entspricht. Einmal pro Jahr im Juli wird ausgeschüttet. Die letzte Auszahlung betrug 39 Cent, was zum aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 1,3% entspricht. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt bei 11% und die Quote auf den freien Cashflow beträgt 100%. Bei der Hauptversammlung am 6. Juli wurde eine Dividende von 40 Cent pro Aktie beschlossen. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite ebenfalls 1,3%. Ex-Dividendentag ist übrigens heuer der 25. Juli. Aufgrund der Daten der Vergangenheit ist die Zahlung einer Dividende als sicher einzustufen, die Höhe der Zahlung allerdings als sehr unklar. In den letzten fünf Jahren hat die Aktie eine wirklich beeindruckende Performance von 84% plus hingelegt. Allerdings auf nur ein Jahr betrachtet ist der Kurs 29% im Minus. Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 2,7%. Da sie aktuell bei 1,3% liegt, ist nicht von einem günstigen Kauf der Aktie zu sprechen. Der von Simply Wall Street errechnete faire Wert widerspricht dem allerdings. Eben dieser wird dort nämlich mit 152 Euro angegeben, was zum aktuellen Kurs von 30,90 Euro einer Unterbewertung von 80% entsprechen würde. Diese Einschätzung ist meiner Meinung nach allerdings mit etwas Vorsicht zu genießen. Sieben Analysten haben die Aktie bewertet. Das Kursziel beträgt 37,60 Euro, was ein Potenzial von 21% Kurswachstum ergibt. Die Bandbreite liegt dabei von 24 bis 63 Euro und im Median liegt sie bei 32 Euro. Drei Analysten raten zum Kauf, drei zum Halten und nur einer zum Verkauf. Vierann zum Kauf, drei zum Halten und Jahr 90,多少 Euro. Wenn man ü국st einer Till pertamarai, if fl면, County Wall Street gründer fifica Ooh. Eben hier noch einmal, größt ihr euch auf das Pol Gimpp.